Ich bin kurz davor, meine Doktorarbeit abzugeben. Das hier sind sieben Exemplare und da muss ich hin. Ich bin so gespannt, ob alles gut läuft. Aber erst mal musste ich ins Biozentrum, denn mir hat noch eine Unterschrift gefehlt. Die habe ich mir dann auch schnell noch abgeholt. Letzte Unterschrift geholt. Auf geht's zum Abgeben. Das ist mir Glück. Tatsächlich war ich eine Stunde zu früh dran, habe mir noch was zu essen geholt und habe dann tatsächlich abgegeben. Und es fühlt sich nicht anders an als sonst. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich gedacht habe, aber irgendwie dachte ich, ich freue mich mehr. Also ich habe zwar abgegeben, aber bis ich jetzt verteidigen kann, dauert es noch Monate. Und ich habe das Gefühl, irgendwie geht es nicht voran, obwohl das jetzt ein mega Meilenstein war. Und so viel Arbeit da drin steckt und so viele Unterschriften. Aber ich habe gedacht, es wird krasser und es fühlt sich so richtig an, als ob man feiern könnte. Ich meine, ich war so lange im Labor, aber ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist es so ernüchternd gewesen. Und das finde ich so schade, weil eigentlich ist es doch mega, mega krass. Ich habe abgegeben.